da er wird und herzlich kommt zu einer neuen Folge der Robo und das ist die Hälfte der Flüchtlinge mit Sebastian und mal wieder nicht hin weil wir keine Zeit hatten und Prozent eigentlich wollte Tim gestern, gestern, jetzt dass wir hier kommen müssen, oder heute? Ja, auch heute, ja heute hätte ein Video von Tim kommen müssen aber es hat eigentlich geklappt weil Tim hat kein Schneideprogramm und dann wollte er über Skype senden und das dauert viel zu lange, das runterzuladen bei mir und deshalb ja, nicht von ihm, aber dafür zeige ich jetzt, was wir gestern und heute gebaut haben also, ich glaube, das hat Tim, ja, das ist Tims Haus das hat er gebaut hat ein bisschen eingerichtet zwei Dias in seine Kiste getan auf jeden Fall sehr stark äh, die nehme ich ihm gleich wieder weg dann hat er hier seine Schlafecke hier ein bisschen gebaut hier ein bisschen und hier und hier oben hat er, glaube ich, aufgehört so da haben wir nämlich zwei Minen keine Ahnung so, dann das Feld hat mir schon immer der Zuckerrohrfeld hab ich gebaut Leon, hast du in deinem Haus weitergebaut? äh, nicht viel also hat sich hier so nichts geändert, richtig so, ich hab, weil ich gestern nicht gespielt hab habe ich heute länger gespielt also, wenn man einen Tag nicht spielt also, so ich muss ja, man muss ja immer 45 Minuten spielen so muss man nicht, aber kann man und daher, dass ich heute, äh, gestern keine 45 Minuten gespielt hab sondern nur die 15 in der Aufnahme durfte ich, ähm heute mehr also eine Stunde ja, und da hab ich halt das hier angefangen zu bauen soll eine automatisierte Weizenform werden also nicht direkt automatisiert aber muss man schon aufsammeln und so und wieder anbauen dann, ähm hab ich hier drei Kühe gespawnt also, nicht gespawnt, sondern hier hingebracht und da hingeholt und da reingetan das nennt man Spawn ja, also, ich meine mit Spawn meine ich jetzt so dass ich die vermehrt hab und dann ne kleine Kühe gespawnt ist und einer eherdings eine automatische Kuh beziehungsweise Leder Farm und so jetzt drückt man der Prinzip zeig ich euch da hab ich extra ein bisschen vorgemacht dann drückt man hier drauf kommt da Wasser dann schwimmen die dann kann man die vermehren so ich hab selber noch gar keine Ahnung wie das aussieht weil ich die ganze Zeit jetzt mach man das Wasser weg und weil Gloucester und den Kühn keinen Schaden macht zack, gehen die kleinen da Röder und jetzt dann wenn man Dings haben möchte wacht man einmal so und die großen verbrennen die kleinen nicht die verrecken jetzt ist reichert sich viel aufwendiger an als es Prozent er muss ihn mir noch nicht ganz verständlich verwendet man hat er wird keine Sachen aus YouTube ab warum selbst überlegen wenn es alle schon auf YouTube gibt ich habe das ja auch von YouTube das ist ja gesagt warum selbst überlegen in Fallschub und YouTube so und jetzt haben wir hier Ruhrfleisch und eigentlich Leder aber das Leder war ein wenig daran war nicht so weiter vielleicht bei ihr um das ganze habe ich gebaut vor abgebaut von die USA Alio Sack in Ahnung wie er heißt also auf jeden Fall mein Haus werde ich verschieben weil daher die Farbe kommt der Verzaubersticht ist da nach dem Verzaubersticht was so ich gemacht hätte Hex wenn ich auch so ich werde jetzt weiter bauen ich brauche einmal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mich hat jemand auf dem Handy angerufen danke wer auch immer das war auch Stimmt Matthias oder nicht treuen nicht mal ich möchte einfach nur die aus dem nennen das war das auch gut oder er ist ja das drin so kommt zu dir gehabt und so jetzt macht es nachher geht ja noch nicht sagt es war alles schon vorbereitet damit ich das nicht in der aufnahme machen muss wenn halt cool in den nicht so so er ich habe das weise sagt und wir versuchen morgen am besten wieder eine erfolge zu dritt auszubringen zum Beispiel für die kümmerliche Frage ob er das auch schaffen wird so wie ihr uns kennt wir kennen uns doch oder hat jemanden gefunden endlich kann ich sie nicht mehr einsam mit ihr Prozent so und hier kommen die Trichter in die jetzt machen so ich bin so der Typ der gerne Sachen automatisch sehr gern auch viel jemanden ja und die anderen sind so die die zack in ich frau so für Sebastian damit er wieder so Sachen machen kann ja genau so ist das Prinzip Leon fahrt gerne Tim baut gerne ich mach alles gerne so automatisch ja und das heißt eigentlich eine relativ gute Team-Aupteilung hallo dann haben wir immer Ressourcen die wir benutzen können dann klären dann haben wir einmal Essen und alles automatisch wegen hier und dann haben wir Häuser in Themen aber Tim baut ihn die immer nur die gleiche Art von aus durch das Gefühl der hat also er hat auch in einen unserer Projekte hatte genau dasselbe gebaut die Gegner wird bitte bitte es kann natürlich kaputt gehen was soll passieren komponisch aus dem Schirm ist doch logisch was kaputt geht soll ich Prozent die die muss Kölzer mitnimmt es ist mir egal es ist mir relativ egal so 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bo 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 das bringt mir eigentlich nichts die jetzt dahin zu setzen weil weil und schon sagen ach ich weiß so die entscheidende weil was habe ich gerade für ein Setz angefangen sollte die nicht hinsetzen weil will achso ja weil gleich ja eh eine Kiste darunter kommt ja keine Ahnung wovon du redest außer Trichtern und Kiste und automatische Kupfer ist ja voll dumm geregelt warte ich glaube ich hab das falsch gemacht man sollte das mit denen machen weil die oder was ich bin ich bin einfach gerade geistig dumm so m dann nehme ich doch lieber die Schalter ich war mit einem ich achte früher war die Knöpfe ja so dass wenn man da drauf drückt das ist was aber jetzt aktiviert man muss immer so an sein würde so m ich hab's endlich geschafft die so so jetzt werden noch ein paar die es nicht aber ich denke mal nicht dass ich noch nicht finden werde weil ich es ein die Erdogan sie hat einfach schon obwohl er weniger form als ich wird es gut als ich war Jolo ein älter so dass sie für große Höhen ich kann ihn nie mehr rauchen so weil es so schön hier ist wird es müsste wenn ich da leiten ich habe für mich die Kohle weg ich bin ich die welche Kohl die das Kölzer bei ich auch mehr Kölzer zu führen zu sein Haus und mein Haus warum ist hier aber es gibt er kann es gibt für wir haben hier hier aber sie können hier nicht geschickt so zack um da ich weiß nicht so jetzt kann ich das auch endlich an zu so die 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 oder ich war das ich weiß ich ich glaube auch schon mal an der Höhle und zwar müssen du bist übelst leid I'm sorry man oh um sorry Oco wie war oder ich habe keine Schmerzen zu beteiligen die letzte Woche der Kälte der Spitze können Keine low-matikow du da der LB und wirklich von Meloden das ist so gut bei den Gebet mit Meloden zu fressen ich habe auch noch zehn Bleibler Euro so ich weiß erst mal ja alles aus Erd nicht ja das wird noch verschönern ich meine das Projekt geht ja noch relativ lange ja ich habe auch was Großes vor das Wettbewerb noch erzählen weil es auch noch nicht aber zum Beispiel schon aber ihr dürft auch noch nicht wissen als er was große geheim werden sollen wenn er nur unsere Folge gucken wissen wir ja noch was wir machen wollen er wird ich weiß nicht was wir machen er weiß doch nicht ich weiß weil du hast ja schon gesagt der Holger wird wohl und wird beendet der Leer zum Beispiel die der Wettbewerb dass ich es sind und brauchen was er will ich bitte der dreite ich will weiter runter machen überwählen ich bin der reinkommen hat ein weiterer wird das abwählen ich nicht wahr man hat die Lüttemberg wo gelegt überraschend dann könnt ihr schreiben auf welche Höhe ihr Diabort nur mit Moritz interessiert weil er eigentlich fast alle andere Meinungen haben und sehen wenn sie mir immer so erhaut wird ich meine bis 12 oder 11 immer also ein fröhlicher Zeit gesagt aber jetzt habe ich zwölf wer weiß hierbei gebracht hat und auf elf richtig viele Leute sind aber vorher früher ich immer mehr die erste von woran liegt das gerade an die Kasse die die erste Brücke nein das auch Singleplayer seitdem ich Prozent auf dich gehört hat fand ich verkackt Prozent Prozent ich bin gar nicht er hat Karten aber ich habe es hier verstanden und kriegt es ich verstehe das nicht warum der Kultus das soll doch nicht die ganze Zeit Lava ach sonst doch war ich bin schlau die Schlumpf beertalte er wurde von mir ja na bei dem er das in die anbieter und dann anbieter so eigentlich sollte man die nicht füttern können aber so er war nicht so dumm Alter wenn ich mal wieder einstieg ein wenn ich noch mal nachher auch kommen der Tee und durch die Verkommung und heute wird ausgeteilt verstehen gerade nicht warum das hier wie soll das denn gehen meine wenn man hier drauf drückt geht aber jetzt wollen ich bin dumm okay die folge ist auch ein Jahr Prozent ja gut dann will ich sagen wenn man will und in der nächsten Folge die dann hoffentlich morgen rauskommen wird und er bis werden das